Ulrich Montgomery, der Präsident der Bundesärztekammer, will ja mit aller Macht verhindern, dass Ärzte ihre Patienten beim Freitod begleiten dürfen. Und als er im letzten Jahr gefragt wurde, wer es denn sonst tun sollte, wenn es die Ärzte eben nicht tun, hat er eben geantwortet, lassen Sie das doch den Klempner machen. Wir haben uns dann lange überlegt, ob man das ernste Thema Sterbehilfe auf eine satirische Art und Weise aufgreifen kann, wie mit dieser Skulptur der Sterbeklempner. Wir haben uns dann aber doch dazu entschlossen, da man die Ungeheulichkeit dieser Aussage anders kaum zum Ausdruck bringen kann. Das ist bisher das beste Motiv hier. Wir fragen vor allem, was darf man als Arzt und als Patient? Was darf, was im Gesetz steht. Und da steht drin, niemand darf getötet werden. Sie fordern, dass Sterbehilfe durch Ärzte auch gegeben sein muss und dass das ein Recht eines Patienten auch ist. Ja, zumindest sollten die Ärzte selbst entscheiden können. Und es sollte ihnen nicht standesrechtlich vorgeschrieben werden, was sie zu tun und zu unterlassen haben. Da soll weder die Berufsordnung noch der Gesetzgeber zwischen funken. Wir Ärzte haben dafür unser ärztliches Gewissen und wissen schon, was gut und schlecht ist. Und es wird viel gesetzlich festgeschrieben, was wir älteren, erfahrenen Ärzte seit Jahren machen, nämlich Schmerztherapie und Begleitung am Ende des Lebens. Und die Regularien ersticken uns. Es geht einfach nur um den Menschen, darum, ihn in Würde sein Leben beenden zu lassen und alles dafür zu tun, dass es ihm möglichst erträglich ist. Aber dazu gehört nicht, ihn umzubringen. Ja, ich möchte die Selbstbestimmung haben für alle Leute hier und mich christlichem Willen unterziehen lassen. Und ganz letztendlich kann man ihn sedieren, kann man ihn schlafen schicken. Ich selber akzeptiere natürlich auch die Freiheit von jemandem, der 80, 90 ist, dessen Verwandte, Angehörige größtenteils schon nicht mehr leben, der sagt, ich habe ein gutes Leben gehabt und das, was jetzt kommt, diesen Abbau, das Leid, die Quälerei, möchte ich mir nicht antun. Ich möchte so friedlich sterben, wie auch meine Katze oder mein Hund sterben durfte. Das hilft nichts. Man muss grundsätzlich sagen, an das Leben legt hier bitte in Deutschland niemand die Hand. Es ist so. Dass wir hier für die Sache eintreten, für unser Selbstbestimmungsrecht bis zum Lebensende und einfach nicht akzeptieren können, dass der Staat oder die Kirche uns das vorschreibt. Der Montgomery, irgendwie muss der mal weg. Kein Arzt kann dazu verpflichtet werden, aber es geht einfach darum, dass die wenigen Ärzte, die dazu bereit sind, das auch machen dürfen. Eine generelle Freigabe wird ein Damm brechen, der einfach meiner Ansicht nach unzumutbar ist. Wir wissen alle, dass wir ungefähr 10.000 Suizide im Jahr haben unter ganz grässlichen. Immerhin 80 Prozent der Deutschen treten für eine Liberalisierung der Sterbehilfe ein und ein Großteil auch der Mediziner ist der Meinung, dass man die Patienten in der Zeit der allergrößten Not nicht im Stich lassen darf. Warum soll er dann nicht Arzt dabei sein und warum soll er sich schuldig machen bitte? Sie haben recht. Ich begleite seit Jahren meine Patienten bis ans Ende ihres Lebens und ich kenne sie so gut. Ich bin da sehr stark auf der Seite der Autonomie der Patientin. Michael Schmidt-Salomon, ich bin Vorstandssprecher der Giordano Bruno Stiftung, einer Denkfabrik für Humanismus und Aufklärung. Und wir haben zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Humane Sterben und dem Internationalen Bund der Konfessionslosen und Atheisten im letzten Jahr eine Kampagne gestartet mit dem Motto Mein Ende gehört mir für das Recht auf letzte Hilfe und im Rahmen dieser Aktion für das Selbstbestimmungsrecht am Lebensende stehen wir heute auch hier zur Eröffnung des Deutschen Ärztetags.